Die menschlichen Überziehungen sind natürlicher und offener als in den Vereinigten Staaten. Manche legen etwas vor zu kaufen, hat mich bei der Plätze und legen vor, oh, ich habe du eine SIGAR. Neußer gewöhnlich, selten eine SIGAR. Ich habe schon welches kaufen. Kein Problem mit Kaschus, ob auch nicht geht, weil wir haben Pusatgegesen, Bräut mit Frucht. Wir haben eine SIGAR. Wir haben eine SIGAR. Ich habe das Geaken gesetzt. Wir haben eine SIGAR. Die haben eine SIGAR. Wir haben eine SIGAR dass, wenn wir da hinfahren müssen. Und nun ist es auch eine SIGAR. Ich darf sein, dort zu gehen. Sie wollten gewollt, dass wir hier noch einmal waren. Auch Menschen fuhren hier hin zu sehen, unikale Feigler, wo sie sich noch in Kuba treffen. Die Menschen, die so lieben wilde Natur, wollten größer Neue von Kuba. Wir sind in Breslberg. Die so lieben Felder und Wälder, das ist ganz Kuba. Es ist ganz wild und schön.